Stell dir vor, Herr Kollege Gag, es ist digitale Revolution und das Land macht nicht mit. Nach diesem Motto ist bisher Politik gemacht worden. Dabei verändert die Digitalisierung unser Leben tiefgreifend in allen Bereichen. Sei es bei der Gesundheit, sei es bei der Bildung, sei es bei der Mobilität, sei es bei der Demokratie. Und dennoch nutzen wir nicht annähernd die Chancen der Digitalisierung, die unser Leben leichter machen können. Wir haben die Digitalisierung bisher schlichtweg verschlafen. Die digitale Revolution ist eben nicht nur, ob man einen Internetanschluss hat, Breitbandversorgung, wie Sie jahrelang sich als einziges drum gekümmert haben, auch nicht nur WLAN, Herr Kollege Dr. Gag. Digitalisierung ist nicht nur fehlgeschlagene Großprojekte wie Co-Pairs oder E-Beihilfe, sondern, wenn man die digitale Revolution gestalten will, braucht man einen Kompass, der die Richtung zeigt, in die die Entwicklung bewegt werden soll. Und wir Piraten haben einen solchen Kompass. Wir wollen, dass im Mittelpunkt der digitalen Revolution der Mensch steht, der Mensch und seine grundlegenden Rechte zu wissen, Zugang zu haben, selbst bestimmen zu können über seine Daten und mitbestimmen zu können an den Projekten dieser Gesellschaft. Das ist unser digitaler Kompass. Und deswegen legen wir nicht nur Pläne vor, Herr Ministerpräsident, sondern beantragen konkrete Projekte, um die Chancen der digitalen Revolution für unser Land zu nutzen. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Wir wollen nicht mehr, dass Gesetzentwürfe nur an ausgewählte Verbände verschickt werden, Herr Ministerpräsident der Landesregierung, sondern wir wollen das Vertrauen der Bürger wiederherstellen, dass Politik in ihrem Interesse gemacht wird und wollen dazu ein Beteiligungsportal einrichten, in dem sich jeder Bürger auch äußern kann in der Anhörungsphase zu geplanten Gesetzentwürfen. Ich verstehe nicht, warum Sie das ablehnen. Sogar Ihre digitale Landesagenda wurde ja nicht online erarbeitet. Sie haben sie nie im Internet zur Diskussion gestellt, sodass jeder sich dazu äußern könnte. Was ist das für eine digitale Agenda, die analog erarbeitet wurde, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wir wollen, dass die Bürger defekte Straßenschilder, Straßenschäden, kaputte Spielplätze und ähnliche Mängel ganz einfach über ihr Smartphone melden können, ohne sich um Zuständigkeiten kümmern zu müssen. Wir wollen einen Mängelmelder für Schleswig-Holstein. Wir wollen, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst Straftaten an ihrem Arbeitsplatz anonym melden können und dass sie auch mit einem Rückkanal für Rückfragen erreichbar sind. Eine Whistleblowing-Plattform. Dafür stellen wir Geld bereit in unserem Haushalt. Wir wollen, dass es in öffentlichen Gebäuden freies WLAN gibt, wie zum Beispiel an Schulen oder in Rathäusern. Und wir wollen dazu mit einem 1.000-Hotspots-Programm in Schleswig-Holstein im nächsten Jahr anfangen. Das ist ein konkretes Projekt, Herr Ministerpräsident. Und wir müssen da einen Einstieg finden, denn heutzutage geht es offline nicht mehr. Wir möchten, dass die Bürgerbeauftragte nicht nur durch das Land reist, sondern auch eine Online-Sprechstunde anbietet. Warum werden die Möglichkeiten nicht genutzt des Internets, um für Menschen im ganzen Land erreichbar zu sein, auch für Beratung? Wir wünschen uns eine Medienkompetenzstrategie an allen Schulen in unserem Land. Wenn Sie hier Geld bereitstellen in Ihrem Haushalt für digitale Bildung, dann ist ein so pauschaler Ansatz doch kein Ersatz dafür, dass sich jede einzelne Schule Gedanken machen muss. Wie integriere ich die neuen Medien in den Unterricht? Und wie kann ich auch vermitteln bei der Bildung den Menschen, dass sie sich in einer digitalen Gesellschaft zurechtfinden und orientieren und die Medienkompetenz haben, um damit umzugehen mit den ganzen Inhalten, die im Internet zu finden sind? Das muss an jeder Schule vermittelt werden. Und so ein Projekt wollen wir hier anschieben. Wir wollen, dass schnelles Internet an allen Schulen früher kommt als die Landesregierung. Deswegen wollen wir 4,5 Millionen Euro extra reinstecken in diesen Bereich. Wir wollen die digitale Revolution in die Klassenzimmer in Schleswig-Holstein bringen, sehr verehrte Damen und Herren. Und an den Universitäten wollen wir, dass Vorlesungen auch im Internet abrufbar sind. Wenn wir den Präsenzzwang aufgeben, dann müssen wir doch auch den Menschen die Möglichkeit geben, sich nachträglich oder von zu Hause, wenn sie zum Beispiel gebunden sind, diese Vorlesungen auch anschauen zu können. Wir wollen einen Einstieg wagen und ein Projekt finanzieren, um Vorlesungen digital abrufbar zu machen an unseren Universitäten. Wir wollen Transparenz. Es geht uns darum, die Informationen, die bisher ganz verstreut auf allen möglichen Internetseiten vielleicht stehen, auch aufbindbar zu machen, indem wir sie in ein zentrales Veröffentlichungsportal des Landes einstellen, was man durchsuchen kann, wo man Informationen kommentieren und Hinweise geben kann, wo man sich aber auch benachrichtigen lassen kann, wenn es zu bestimmten Stichworten oder zu bestimmten Orten neue Informationen gibt. Das wäre eine zukunftsweisende E-Government in unserem Land Schleswig-Holstein. Und wir wollen, dass digitale Rathäuser gefördert werden, in dem Sinne, dass den Kommunen ein Angebot gemacht wird, ein fertiges Angebot. Wenn ihr Behördengänge digitalisiert anbieten wollt, dann könnt ihr auf ein standardisiertes Angebot zurückgreifen, was das Land in Zusammenarbeit mit den Kommunen entwickeln soll. Das heißt, wir wollen ein Pilotprojekt für digitale Rathäuser, was schlüsselfertig den Kommunen zur Verfügung steht, um endlich Behördengänge in Schleswig-Holstein zu vereinfachen. Das nutzt dem E-Government in unserem Land. Wir Piraten stehen dafür, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Digitalisierung hat aber auch eine Schattenseite. Sie bringt mit sich auch ungekannte Möglichkeiten, um uns auszuspionieren und um uns zu manipulieren. Und das, den Schutz davor, das ist für uns Piraten auch innere Sicherheit. Den Schutz vor Massenüberwachung und Manipulation. Bei uns im Land wird zum Beispiel die Position von Handynutzern immer häufiger abgefragt, ohne sie auch nur zu benachrichtigen. Stichwort Funkzellenabfrage. Das Landesdatenschutzzentrum mahnt, dass die Vorkehrungen bei der Polizei gegen missbräuchliche Datenabfragen nicht ausreichen. Deswegen gibt es immer wieder Verfahren gegen Einzelne, die solche Datenabfragen zu privaten Zwecken nutzen. Und was der Verfassungsschutz an Überwachungsmaßnahmen betreibt, das wird komplett geheim gehalten. Es gibt in Schleswig-Holstein keinerlei Statistik über die Überwachungsmaßnahmen des Verfassungsschutzes. Damit haben wir wahrscheinlich die intransparenteste Verfassungsschutzbehörde Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch. Dieses Land hat im Bundesrat dem Zwangseinbau von Smart-Mietern zugestimmt im Zuge des neuen Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende. Das bedeutet, dass in Zukunft ablesbar sein wird aus den Verbrauchsdaten jedes Haushaltes, wann wir zu Hause gewesen sind, wie viele Menschen zu Hause gewesen sind, unsere Lebensgewohnheiten, vielleicht sogar welche Geräte wir wann benutzt haben. Das ist eine unglaubliche Gefahr für die Privatsphäre und für die Vertraulichkeit unseres Verhaltens in den eigenen vier Wänden. Und wir Piraten wollen diesen Gefahren der Digitalisierung endlich etwas entgegensetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Statt den Verfassungsschutz aufzurüsten, wollen wir die Kontrolle der Sicherheitsbehörden und den technischen Schutz vor Spionage stärken. Acht zusätzliche Stellen beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz. Das ist unser Ansatz und unser Antrag für Schleswig-Holstein. Der Datenschutz bei uns hat ein Durchsetzungsproblem. Im Zeitalter globaler Player, im Zeitalter ausländischer Geheimdienste müssen es Datenschützer auch aufnehmen können mit einem Konzern wie Facebook oder wie Google. Und dazu brauchen sie auch das erforderliche Personal, um das leisten zu können. Wir dürfen nicht kapitulieren vor den Risiken der Digitalisierung, sondern wir müssen sie angehen und wir müssen die digitale Revolution gestalten. Was macht aber diese Landesregierung? Unter dieser Landesregierung nimmt die Wiederüberwachung des täglichen Lebens überhand. Da werden Bahnreisende immer häufiger überwacht. Ich bin gespannt, wie das bei der Neuausschreibung des Bahnverkehrs zwischen Lübeck und Hamburg läuft. Da ist schon wieder geplant vom Verkehrsminister, Wiederüberwachung einzuführen. Herr Kollege Tietze, wir nehmen Sie beim Wort, das zu verhindern. Da sollen... Herr Tietze hat getönt, dass er das bisher verhindert hat. Und da bin ich gespannt, ob das auch dabei bleiben wird. Da sind Überwachungskameras an Streifenwagen der Polizei eingeführt worden. Da sollen Polizeibeamten mit Körperüberwachungskameras ausgestattet werden, obwohl uns Sachverständige berichtet haben im Innen- und Rechtsausschuss, dass das eben nicht schützt vor Gewalt, die Beamte. Da sollen in Justizvollzugsanstalten Kameras angebracht werden, selbst bei psychisch kranken Straftätern. Und es sollen ganze Demonstrationszüge, wie die überwacht werden, mit dem neuen Versammlungsgesetz, Stichwort Überblicksaufnahmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wenigste, was wir in Anbetracht dieses Kamerabuchers tun können, ist doch, Transparenz zu schaffen. Und deswegen beantragen wir Mittel für ein Kameraregister, damit jeder Bürger sich informieren kann, wo werde ich überwacht und wie kann ich der Überwachung ausweichen. Wer nicht mehr weiß, wer alles seine Daten kennt, wer jederzeit und überall mit Überwachung und Beobachtung rechnen muss, der ist nicht mehr frei in seinen Handlungen und in seinen Entscheidungen. Eine Überwachungsgesellschaft, wo alles, was wir tun, aufgezeichnet wird, schadet uns allen. Und deswegen stehen wir Piraten dafür, den Risiken der Digitalisierung konkret hier in Schleswig-Holstein zu begegnen. Unser digitaler Kompass steht für Vertrauen, statt Misstrauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, die Menschen, 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 die Menschen. Vielen Dank.